Moin Leute, hier ist der Waylogs und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Kerbal Space Program. Wie immer, wenn euch das Video gefällt, würde ich mich sehr gerne mal einen Daumen hoch freuen, wenn nicht, dann eben nicht. Und ja, ich würde sagen, let's go! So, und da sind wir schon, Leute. Heute wollen wir nämlich keine Raketen bauen, sondern einfach nur Flugzeuge und ein bisschen Spaß haben, ein bisschen rumfliegen. Äh, denn Raketen haben wir schon gebaut, äh, ich hatte da ein Video gemacht, das könnt ihr oben rechts sehen, sollte so ein Teilchen rauskommen. Äh, und ja, ähm, wie immer, wir fangen leicht an. Wir nehmen hier dieses Teil hier, wie immer. Schieben es hier hin, nehmen wieder unser Öl hier. Wir wissen ja schon, dass wir dieses große Ding hier brauchen. Ähm, ja, wir nehmen auch mal das Lange. So sollte, glaube ich, passen, ja. Ähm, jetzt brauchen wir Flügel, denn welches Flugzeug hat denn keine Flügel? Dafür gehen wir einmal in die Aerodynamik und gucken, was es hier gibt. Hm, ist ein bisschen klein. Und das auch. Ja, nee. Äh, ist noch kleiner. Ja, genau. Das sind die großen Dinger. So, wir brauchen natürlich auf beiden Seiten eins. So, ja. Sollte, glaube ich, passen, so. Und, ähm, ich glaube, hinten würde ich sogar nochmal machen. So, und natürlich auf der anderen Seite das Gleiche. Ja, ist, äh, nee. Ist ein bisschen schief hier. Nee, ein Moment. Ja, sollte, glaube ich, passen. Sollte, glaube ich, passen. Sieht auch gar nicht mal so schlecht schon aus. Ähm, natürlich brauchen wir noch eine Nase. Wir wissen ja schon, dass die auch irgendwo ist. Und zwar die hier. Ja, bitte. Ja, bitte. Bitte. Ah, da war's kurz. Ich drehe das mal kurz. Äh, äh. Ja, so will es, aber... Das ist ja falsch so. Bitte. Mach mal. Nee. Will nicht. Aber die hier können wir benutzen. Die ist auch ganz okay. Okay, jetzt brauchen wir natürlich noch einen schönen Popo für unseren Flugzeug. Ähm, die Frage ist, was gibt's denn hier denn? Weil das weiß ich nicht so. Hier vielleicht was? Nee. Ah, Räder. Stimmt. Räder brauchen wir auch. Dann machen wir erst mal die Räder hier. Boah, die sind ein bisschen groß. Was mit denen hier? Ja. Ja, ja. Machen die... Lassen die so. Nehmen die gleichen. Auf die andere Seite natürlich auch. Ja, sollte so passen. Und hinten natürlich auch. Einmal hier. Und hier auch. Super. Ich finde, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Schon. Für den Anfang. Brauchen aber, wie gesagt, noch... ...den hinteren Teil. Ja. Ich hab's. So. So sieht der hintere Teil aus. Ja. Ich finde, das sieht... Das sieht... Das sieht sogar gut aus. Okay, jetzt brauchen wir hier aber noch so einen... ...Flügel. Oder... ...wie man das genau nennt. Nee, wir wollen das einmal drehen. So. Na, das ist ein bisschen schief, aber ich hab's. Ui. Sieht doch schon mal richtig geil aus. Und jetzt noch ganz kleine Flügelchen hier an den Seiten vielleicht. Dazu nehmen wir ein bisschen kleinere. Ein bisschen kleinere, bitte. Gucken vielleicht, ob wir... ...hier etwas draufballern können. Jetzt brauchen wir aber noch, ähm... ...kleine Turbinen, die an den Flügeln... ...ähm... ...um ehrlich zu sein. Ich weiß sogar gar nicht, welche wir nehmen sollen. Äh, die sind ein bisschen groß. Was ist mit denen? Oh, nee, nee. Oh. Ähm, was mit euch? Ja. Das sieht... Das sieht doch gut aus. Okay, ähm... By the way, ich hab gerade herausgefunden... ...hier gibt so einen Teil, das seht ihr nicht. Das ist hinter mir, aber damit kann man das symmetrisch hier alles platzieren. So. Habe ich gleichzeitig an den beiden Seiten platziert. Und ich finde... ...das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. So. Ja, nee, vielleicht ein bisschen... ...bisschen weiter nach hinten. So, genau. Ja. Und die... ...kleinen... ...und die kleinen packen wir hierhin. Ja. Das sieht doch... ...sieht doch gut aus. Na dann... ...los geht's. Oh, da sind wir. Da sind auch schon unsere... ...Piloten hier. Okay, jetzt weiß ich ja ein bisschen, wie das geht. Ich drücke hier auf SAS und dann auf Stability. ...und Leute, drei... ...zwei... ...ah, nee, ups, 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 ups. Nee, 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 erst mal dieses Teil hier hochfangen. Okay. Drei... ...zwei... ...eins und los! Los, 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 los. Sehr schwierig für unser Flugzeug. Wir sind... ...wir sind ein bisschen schwer, glaube ich. Okay, ich hab das Gefühl, das wird nichts. Jetzt bitte Nase hoch. Nee. Hier sind einfach nur ein großes Taxi, was aussieht wie ein Flugzeug. Aber wir können lenken. Nee, das können wir auch nicht. Tja. Worum freust du dich? Wir fliegen doch noch gar nicht. Guck mal, dein Kollege versteht das. Er versteht das hier irgendwas Falsches. Du bist ein bisschen blöd, habe ich das Gefühl. Und du da hinten auch. So, ich hoffe, ihr könnt alle schwimmen. Denn gleich wird das... Oh! Egal, Leute, immer positiv bleiben. Immer positiv bleiben. Immer schön lächeln. Hauptsache, ihr wurdet nicht nass. Okay, 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 ähm... Okay, wir sind, wir sind ein bisschen schwer. Wie machen wir das dann am besten? Ich finde, das kann weg, diese kleinen Teile. Die haben recht wenig gebracht. Und, äh... Das können wir auch wegmachen. Schieben wir das aber noch vor. Nee, obwohl... Hier fehlt noch was. Ähm, und zwar... Noch ein... Noch so ein Teil, genau. Jetzt sollte es passen. So. Und vielleicht, damit wir ein bisschen Geschwindigkeit gewinnen, noch paar kleine Teile. Genau. Natürlich an beiden Seiten. Also, wenn der nicht von vorne gefährlich aussieht, dann weiß ich auch nicht. Okay, jetzt sollten wir aber fliegen. Bestimmt. So. Da sind wir. Wie immer, dieses Teil auf 100 packen. Ja, ja, schön klatschen. Stability anmachen. Und... Drei... Zwei... Eins... Und los! Ach, sehr schwierig für uns. Sehr schwierig. Aber wir sind auf jeden Fall schneller. Geh jetzt bitte Nase hoch. Nase hoch, bitte. Ah. Irgendwas haben wir verloren. Nein. Nein. Alles gut, Leute. Ich wollte sagen, ihr seid gerade noch am Leben. Äh, ja. Ja, 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 ja. So, okay. Vielleicht sind wir auch einfach ganz zu schwer. Ähm, was können wir denn noch nehmen? Oh, hier ist noch so ein Teil. Das ist doch viel, viel besser, ja. Okay, dann brauchen wir einmal... Okay, dann brauchen wir einmal... Und? Ich wollte schon mal. Und... Ich wollte da nicht. Oh, hier ist noch mal. Ich wollte dich Cargo. Und das ist doch ein paar Jahre. Okay, dann wollen wir aber... äh, ja. Okay, jetzt sollte es aber fliegen. Oh, da sind wir. Wir haben nur einen Pilot. Einen Je-da-di-a-ker-man. Du wirst heute fliegen. So, okay. 100. Stability. Und, oh. Oh, guck mal. Das bewegt sich sogar. Oh, wie cool ist das denn? Geil. Okay, 3, 2, 1, los. Los, 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 los. Boah, wir sind gut schnell. So, jetzt bitte abheben. Nein. Nase hoch. Nein, wir haben Flügel verloren. Na. Okay, stopp. So, ich will das mal nochmal versuchen. Ich bin mir sicher, dass du es schaffen wirst. Okay, los. Okay, diesmal nehmen wir ein bisschen mehr Anschwung. Wir heben nicht sofort ab. Unser Kollege ist auch schon gehypt hier zu fliegen. Oi, oi, oi. Was passiert hier? Was passiert hier? Nein, wir haben schon wieder Flügel verloren. Wir sind einfach eine, einfach eine Rakete. Ja, okay. Hm. Ich würde die hier entfernen. Weil sie... Sie gehen immer sofort kaputt. Was ist mit euch? Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Genau. So. Aber ich würde die ein bisschen weiter nach vorne ziehen. So. Ja. Na dann. Los geht's. Okay, Leute. Jetzt werden wir fliegen. Ich sag's euch. Herr Kermann. Sie werden heute abheben. Sie werden heute abheben. Das garantiere ich Ihnen. So, kurzer Check, ob alles funktioniert. Ja. Okay. Drei. Zwei. Eins. Und los. Okay. Der Anfang ist immer ein bisschen schwierig. Aber... Gleich sollten... Gleich sollten wir gut Geschwindigkeit gewinnen. Und jetzt... Oh, wir fliegen schon los. Oh. Wir sind losgeflogen. Nein, wir haben ein Zaltow gemacht. Oha. Okay, stopp. Stopp. Das kann was werden. Das kann was werden. Ich sag's euch. Wie immer unsere... Teile hier und los. Ich sag euch. Das kann was werden. Okay, jetzt. Jetzt langsam hoch. Ja, 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 ja. Nein. Wir machen schon wieder so einen blöden Überschlag. Vielleicht sind wir... Vielleicht... Vielleicht brauchen wir diese Dinge auch gar nicht. Vielleicht stören die nur. Das ziehen wir ein bisschen nach hinten. So. Ah, nee, ups. Jetzt. Na, aber nach unten. So. Nein. So. So sollte das, glaube ich, passen. Okay, jetzt. Bitte. Wir bewegen uns schon alleine von... Also... Leute, ich muss nicht mal was machen und wir bewegen uns schon. Wie geil ist das denn? Naja, aber wir wollen ja fliegen dazu los. Ah. Ich hab vergessen, die Sachen hier zu machen. Egal. Ist kein Problem. Okay, 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 okay. Wir wollen natürlich Richtung Mond fliegen. Wir sind wieder gut schnell. Langsam können wir versuchen, unsere Nase hochzuh... Ja, ja, genau. Nein, wo machen wir wieder so einen Überschlag? So, also wenn das jetzt nicht krass aussieht, da weiß ich auch nicht. Wenn das nicht fliegt, dann bin ich traurig. Dann bin ich echt traurig. Mal gucken, mal gucken. So. Guckt mal, was ich gemacht habe. Also wenn der nicht gruselig aussieht, dann weiß ich auch nicht. Guckt mal, wie tief wir sind. Und wir haben noch zwei Piloten. Unseren... Kermann und seinen Bruder. Okay. Seid ihr bereit? Ihr seid bereit. Stability. Teilt hier auf 100%. Und los. Boah. Uns fällt es echt schwer, Geschwindigkeit aufzubauen. Aber jetzt wird es langsam. Jetzt wird es langsam. Und langsam können wir versuchen, um die Nase hoch zu machen. Bitte. Bitte Nase hoch. Bitte Nase hoch. Mann, warum freust du dich? Wir fliegen nicht. Guck mal, dein Bruder versteht alles. Du nicht. Wow. Denkst du dir, ne? Äh? Brudi. Ja, geil, Läger. Oh. Oh, wir fliegen. Nein, wir machen die... Das... Mann. 2.000 Jahre später. So, meine Damen und Herren und Familie Kermann, sie sind heute bereit zu fliegen. Ja. Jawohl. Dankeschön, 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 Dankeschön. Okay, sind sie bereit? Ja, dann starten. 3, 2, 1 und los. Oh. Oh, das funktioniert. Okay, okay, Leute, ist es? Ist es das? Kann es sein, dass wir heute fliegen werden? Dass Familie Kermann endlich mal fliegen wird? Oh, wir sind echt schnell. Wir sind echt schnell. Wir heben ab. Wir heben ab. Ja. Ja. Leute. Ui. Guck mal, wie schön wir fliegen. Ja. Endlich. Geil. Und wir können auch so schön lenken. Oh, oh, oh. Ne. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Okay. Okay, ähm. Stopp. Stopp, 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 stopp. Alles gut, alles gut, alles gut. Alles gut. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Wir sind nur kopfüber. Denklich. Leute, alles gut. Wir fliegen immer noch nach oben. Wir fliegen immer noch nach oben. Nein, Leute, wir fallen nicht runter. Das sieht nur so aus. Okay, stopp, noch mal. Stopp, 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 stopp. Das hat geklappt. Das hat geklappt. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, 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 das ist es, das ist es, ja, endlich, ja, oh mein Gott, das hat ja eine halbe Ewigkeit gedauert, bis ich hier endlich fliegen kann. Boah, boah, das fühlt sich so geil an, ja, seid ihr nicht stolz auf mich? Nur dank mir könnt ihr überhaupt fliegen, Alter. Ich leh mir auch schön Nase hoch, damit wir nicht unsere... Uiuiui, uiuiuiui. Ups. Okay, unser Ziel ist, auf diese Insel hier zu landen. Da ist auch, glaube ich, sogar was. Ist denn... Ist denn was? Ups. Erst recht müssen wir dann da hin. Okay, 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 okay. Schön mit der Ruhe. Nein, 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 Bül, 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 Bül. Mach keine Faxen. Bül, mach keine Faxen. Mach keine Faxen, Bül. Okay, immer schön mit der Ruhe. Immer... Das ist, das ist echt schwierig, Leute. Glaubt mir, das ist echt gar nicht mal so einfach. Okay, 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 okay. Alles schön mit der Ruhe. Oh, oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Nein. Jebedia, was hast du gemacht? Nein. Leute, alles schön mit der Ruhe. Alles schön mit der Ruhe. Ich fange euch wieder auf. Nein, 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 nein. Nein, Jungs, 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 Jungs. Alles mit der Ruhe. Alles mit der Ruhe. Alles mit der Ruhe, mit der Ruhe, alles Ruhe. Ja. Okay, 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 okay. Schön mit der Ruhe. Nein. Bill, hör auf, Paxen zu machen. Hör auf. Faxen zu machen. Das ist kein Spielzeug. Es ist vielleicht ein Flugzeug, aber es ist kein Spielzeug. Jebedia. Mach keine Faxenmittel. Ich weiß, ihr seid Brüder. Ihr findet sowas lustig, aber... Jebedia. Jebedia. Nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Leute, wir haben gleich kein Öl mehr. Hallo. Wir haben gleich kein Treibstoff mehr. Öl ist umsetzendlich immer Öl. Nein, 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 nein. Kommt, Leute. Wir müssen dahin. Da steht irgendwas. Da ist, glaube ich, in Hause das so. Ja, ja. Okay, Jungs. Aufpassen. Gleich, wir müssen ja vergleiten. Oh, wir sind schnell. Okay, okay. Okay, Jungs, 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 Jungs. Alles mit der Ruhe. Alles mit der Ruhe. Es ist kein Problem. Okay, 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 okay. Wir werden landen. Wir werden landen, meine... Wir werden landen. Okay, wir werden vielleicht nicht hier landen. Was auch immer hier ist, aber vielleicht... Vielleicht hier vorne irgendwo. Okay. Alles schön entspannt. Entspannt, 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 entspannt. Ja. Schön langsam. Schön mit der Ruhe. Mit der Ruhe, mit der Ruhe, mit der Ruhe. Ja, 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 ja. Ja. Okay, jetzt eine sanfte Landung. Ja. Ja. Wir sind gelandet. Ja. Ja. Nein. Stopp, 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 stopp. Nein, Jungs, wo wollt ihr wieder hin? Wo wollt ihr wieder hin? Bill? Bill? Was ist... Also... Ich verstehe, ihr habt das Fliegen gefallen, aber jetzt müssen wir landen. Ui, 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 ui. Okay, Jungs, Minusflügel. Alles gut. Alles gut. Alles mit der Ruhe. Bleiben wir auch stehen? Bitte. Wäre echt toll. Wäre echt toll. Bitte stopp. Bitte stopp. Stopp, 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 stopp. Ich finde, wir sind gelandet. Ich will bitte stehen bleiben. Denn wie sollen die hier rauskommen, wenn sie nicht stehen bleiben? Bruder, was passiert hier? Ja, egal. Diesen stehen geblieben. Und wenn, dann könnte ich hier jetzt rausspringen. Das ist jetzt deren neuer Lebensort hier. Jetzt bauen die hier eine große Stadt und so. Und ich würde sagen, das war's für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich, wie gesagt, sehr über einen Daumen hoch freuen. Ja, vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Und ja, die zwei, die... Also, der liebe Dier, der freut sich. Der Bill, der ist wie immer pessimistisch. Na, wohl jetzt? Na, doch nicht. Äh, ja. Macht's gut, Leute. Haut rein. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss.